Wer aus gesundheitlichen Gründen ausfällt, muss seinem Arbeitgeber in der Regel am vierten Tag einen Krankenschein vom Arzt schicken. Das könnte sich nun ändern. Ab Januar 2021 sollen für gesetzlich Versicherte die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen abgeschafft werden. Stattdessen soll es eine digitale Lösung geben, der sogenannte digitale Krankenschein. Wer sich vom Arzt krankschreiben lässt, bekommt bisher mehrere Bescheinigungen. Eine muss an den Arbeitgeber geschickt werden, eine an die Krankenkasse, eine ist für die persönlichen Akten bestimmt. Mit der digitalen Umstellung würden künftig dann die Arbeitnehmer entlastet, indem die Krankenkassen den Arbeitgebern elektronisch über Beginn und Dauer der Arbeitsunfähigkeit seines gesetzlich versicherten Arbeitnehmers informieren. Diagnosen zur Krankheit erhält der Arbeitgeber auch weiterhin nicht. Die Informationen bleiben die gleichen wie bisher, nur die Übermittlung ändert sich. Wer krank ist, muss also in Zukunft nur noch zum Arzt gehen. Der Weg zur Post bleibt erspart. 2017 stellten Ärzte rund 77 Millionen Bescheinigungen aus. Das Prozedere mag auf den ersten Blick eine simple Sache sein. In wenigen Minuten kommt der Krankenschein in einen Briefumschlag und in die Post. Das Porto kostet zusammen dann vielleicht einen Euro. Doch wenn man dies hochrechnet, bedeutet das bei 77 Millionen Krankenschein Gesamtausgaben von 77 Millionen Euro. So gesehen ist der Krankenschein ein klarer Fall für Bürokratieabbau. Das ist ein klarer Fall.